In diesem Video zeigen wir euch 10 plus 1 der praktischsten Kleinwerkzeuge, die jeder zu Hause haben sollte. Seid gespannt und bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Michael von wasmännerwollen.de Wir haben uns für euch auf die Suche gemacht nach den 10 plus 1 besten Werkzeug-Gadgets für zu Hause. Als erstes stellen wir euch eine Rohrzange der anderen Art vor. Es handelt sich um die Bionic Ranch. Es ist ein Qualitätsprodukt aus Amerika. Die Zange erlaubt sehr schnelles Anziehen und Lösen von Schrauben. Einfach anlegen, festdrücken und Schraube anziehen oder lösen. Kommen wir direkt zum nächsten Produkt. Solltet ihr mit der Bionic Ranch mal nicht weiterkommen, empfehlen wir euch eine Universalstecknuss. Dieses Multifunktionswunder ist nicht nur für sechseckige Muttern geeignet. Mit ihr könnt ihr alle möglichen Formen anziehen oder lösen. Egal ob Haken oder Flügelmutter. Es passt sich automatisch jeder Größe und Form an. Geeignet für Kopfgrößen von 7 bis 19 Millimeter. Passenderweise ist auch ein Schraubenschlüsseladapter für den Akkuschrauber oder die Ratsche mit dabei. Dieses Tool bekommt ihr schon für unter 10 Euro. Link zu diesem Produkt, sowie zu allen anderen Produkten in diesem Video, findet ihr in der Infobox. Eine dritte Alternative fürs schnelle Lösen und Anziehen von Schrauben bieten diese verstellbaren Schraubenschlüssel. Die selbstjustierende Technik ermöglicht eine kinderleichte Handhabung. Dieses gibt es günstig in einem zweiteiligen Set, wobei es drei Greifer für unterschiedliche Schraubengrößen gibt. Der große Schlüssel hat einen Anwendungsbereich von 23 bis 32 Millimeter, der kleine Schlüssel 9 bis 22 und 6 bis 15 Millimeter. Somit kann man eine große Range abdecken. Wer kennt es nicht, nie greift man direkt den richtigen Schraubenschlüssel. Und der richtige ist irgendwo im Keller oder in der Garage. Der Hersteller Vihar schafft eine Lösung für dieses Problem. Der Stubbi ist ein Schraubendreher mit insgesamt 6 versteckten Bits im Griff. Für wen es etwas mehr sein darf, der greift auf den großen Bruder zurück. Dieser hat im Griff ein Bit-Magazin mit 8 Bits auf Lager. Dieser springt auf Knopfdruck raus. Ein schneller Wechsel auf den richtigen Schraubkopf kann in Sekunden erfolgen. Der ultimative Schrauber ist jedoch der Vihar Lift-Up. Auf Knopfdruck kommt das Magazin rausgefahren. Insgesamt habt ihr 26 verschiedene Schraubköpfe. 12 doppelseitige Bits haben im Griff Platz. Einer darf immer im Schraubendreher bleiben. Zugegeben, das nächste Produkt ist kein klassisches Heimwerker-Produkt. Aber es ist einfach verdammt cool. Das Survival-Gadget Clocksform-Clicker ist eine Multifunktions-Axt mit echt vielen Funktionen. Mit integriert sind eine scharfe Messerklinge, ein Hammer, Seilschneider, Karabiner, Lineal, Schraubenschlüssel und Dreher und natürlich ein Flaschenöffner. Ein patentiertes Klemmsystem macht die Axt so besonders, denn im Grunde muss man nur den Axtkopf dabei haben. Einen geeigneten Griff kann man sich ganz einfach im Wald selber schnitzen. Kommen wir zu einem echt praktischen Produkt. Die Winkelschablone ist ein absolutes Must-Have für jeden Heimwerker. Sie ist nicht nur einfach anzuwenden, sie ist auch super preiswert. Einfach die Schablone an der zu füllenden Aussparung anlegen, kurzerhand die vier Segmente der Schablone anpassen und die erstellte Form 1 zu 1 auf einen Rohling übertragen. Ausschneiden, einfügen, fertig. Und das weit unter 15 Euro, da kann man noch gar nichts falsch machen. Für noch mehr Präzision sind die Segmente mit einem Lineal versehen. Die Winkelschablone besteht aus einer Aluminiumlegierung, wodurch sie besonders robust und gleichzeitig flexibel ist. Geht einfach mal durch euer Haus und um euer Haus herum und schaut mal nach, an wie vielen Stellen das ein oder andere Stück Holz oder Fliese fehlt. Wo wurde überall gepfuscht? Nervig, oder? Habt ihr nun nicht auch das dringende Bedürfnis, diese Stellen auszubessern? Nur zu! Ähnlich praktisch wie die Winkelschablone ist die sogenannte Konturenlehre. Hierbei geht es jedoch nicht darum, fehlende Stellen auszubessern, sondern durchaus auch komplizierte Konturen 1 zu 1 zu übernehmen und damit auch perfekte Übergänge zu schaffen. Die Kneeblades sind ideal für alle Arbeiten, bei denen ihr euch hauptsächlich auf den Knien bewegen müsst. Die Knieschoner auf jeweils drei Rollen ermöglichen euch ein Knie- und Rückenschonendes Arbeiten und bieten euch mehr Balance, Flexibilität und Mobilität. Schnelleres und schonenderes Arbeiten, was will man mehr? Und wenn ihr die Rollen mal nicht benötigt, könnt ihr die Knieschoner auch separat nutzen. Mit dem Winkelaufsatz kann man um die Ecke schrauben. Klingt schon mal gut, oder? Im Grunde lassen sich mit Hilfe dieses Tools alle schwer zugänglichen Schrauben problemlos lösen oder festziehen. Das Ganze funktioniert als eine Art Verlängerung für euren Akkuschrauber. Einfach drauf montiert und losschrauben. Praktisch ist, dass die Spitze magnetisch ist. Dadurch fallen die Bits nicht raus. Den Nagel gewohnt mit den zusammengepressten Lippen halten, bis man den Nagel braucht? Pfff, kennt jeder Mann. Das muss nicht sein. Das magnetische Armband ist ein praktischer Helfer, an den ihr die Schrauben und Nägel bis zur Verwendung dran packen könnt. Die starken Magnete halten diese sicher fest. Nie wieder eine Schraube fallen lassen und dann 5 Minuten suchen müssen. Halleluja! Und noch ein Schmankerle zum Schluss. Ein Premium-Produkt von Leatherman fürs Handgelenk. Multitools kannst du dir auch in billig bestellen, taugt nur nichts. Daher lieben echte Kerle die hochkarätigen Multitools aus dem Hauser Leatherman. Das Leatherman Treat Armband besteht aus gutwertigem, robustem Edelstahl und bietet insgesamt 29 Tools. Schraubendreher in verschiedenen Größen. Ringschlüssel in verschiedenen Größen. Vierkantschlüssel in verschiedenen Größen. Sechskantschlüssel in verschiedenen Größen. Schneidehaken. Nothammer. Sauerstoff-Tankschlüssel und und und. Und natürlich ein Flaschenöffner. In diesem Sinne, Prost! Sollte euch ein Produkt gefallen haben, findet ihr einen Link dazu in der Infobox. Die Links sind Affiliate-Links. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit. Euch entstehen aber keine Nachteile. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dadurch verpasst ihr keine weiteren Videos. Tschüss, bis zum nächsten Mal.